Hallo und herzlich willkommen bei Übergizmo. Ich bin der Matthias hier auf der CS am Stand von LG und habe hier das LG K10 in der Hand. Das ist ein 5,3 Zoll Smartphone. Das Display löst mit HD auf, also mit 720 x 1280 Pixel. Und es ist jetzt hier gerade sehr dunkel gestellt. Wir können mal schauen, dass wir es euch ein bisschen heller machen. Schaut gar nicht so schlecht aus, das Display. Es scheint ein IPS-Panel zu sein, hat wirklich ziemlich guter Blickwinkel, wie ich finde. Und überhaupt, jetzt schauen wir uns erstmal dieses Gerät hier außen an. Hier bei LG üblich gibt es an den Seiten keinerlei Knöpfe. Es besteht übrigens komplett aus Plastik, also auch dieser Rahmen in Chromoptik ist Plastik. Macht aber gar nicht so viel, es fühlt sich nämlich ziemlich gut an. Was auch daran liegt, dass das Display hier vorne leicht abgerundet ist und es dadurch wirklich ein sehr angenehmes und kantenfreies, ja ganz kantenfreie Haptik hat. Wie von LG gewöhnt haben wir hinten wieder diese Rear-Buttons. Hier oben drüber eine Kamera. Die Kamera löst mit 13 Megapixeln auf und hier haben wir einen kleinen Blitz. Hier unten können wir die ganze Klappe abnehmen, was erstaunlich ist. Wie gesagt, es gibt hier praktisch keine Spaltmaße und den Akku drinnen hier wechseln. Der Akku hat übrigens eine Kapazität von 2300 mAh. Außerdem kann man hier hinten dann natürlich die SIM-Karte einfügen und auch eine Micro-SD-Karte. Die Micro-SD-Karte könnte auch nötig werden, denn meines Wissens sind hier nur 8 GB RAM verbaut. Aber ich würde sagen, das können wir jetzt einfach mal nachschauen. Dann wissen wir nämlich auch gleich, wie viel von dem Speicher dann tatsächlich noch frei ist. Also, ich habe Quatsch erzählt, es sind 16 GB insgesamt verfügbar und von denen noch knapp 10 GB für eigene Anwendungen, Bilder und Videos und so weiter. Hier drin kommt übrigens ein Snap-Tracking 210 Prozessor zum Einsatz, der mit 2,2 GHz taktet und wird unterstützt von 1, 1,5 oder 2 GB RAM. Also, ihr merkt schon, es kommt in verschiedenen Varianten, kommt dann auch darauf an, bei welchen Carriers zu kaufen ist. Hier vorne, die Kamera hat übrigens eine Auflösung von 5 Megapixeln und kommt auch mit einem Blitz, was ungewöhnlich ist für Smartphones an sich und vor allem für Einsteiger-Smartphones. An sich muss ich sagen, finde ich dieses Telefon irgendwie ganz cool, weil es liegt tatsächlich einfach gut in der Hand. Und das ist keine Selbstverständlichkeit für günstige Einsteiger-Phones. Und wenn das dann vielleicht tatsächlich auch noch ganz ordentliche Bilder macht und vor allem bitte in Deutschland auf den Markt kommt, zu einem vernünftigen Preis, was alles noch nicht so ganz klar ist, könnte ich mir vorstellen, dass das für einen oder anderen durchaus interessant ist. Ansonsten könnt ihr gerne mal auf übergizmo.de vorbeischauen, da findet ihr dann alle möglichen Infos, die ich jetzt hier in einem kurzen Hands-On nicht untergebracht habe. Ansonsten schreibt mir unten drunter noch ein bisschen Feedback, auch Fragen gerne, wir versuchen das schnell zu beantworten. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Dankeschön, das war der Matthias. Vielen Dank.